Sie hören Harz Mountain Radio. Okay, great. Willkommen zum Harz Mountain Radio Podcast. Wer uns noch nicht kennt, ich bin Paul. Und das ist Piotr, mein Rabenfreund. Also wir beide betreiben im Harz einen Radiosender und neuerdings mit einem ganz jungen Team, der Brockenbande. Heute unterwegs für euch zu einem spektakulären und historischen Ort in Bewegung. On Air für die Brockenbande, Luke und Henry. Hi, ich bin's, Luke. Ihr kennt mich hoffentlich noch. Wir stehen gerade an der Talstation der Wurmberg-Seilbahn. Denn heute fahren wir mit der längsten Seilbahn Norddeutschlands zum Wurmberg. Dort sind wir mit Michael Rudolph, dem regionalen Pressesprecher der niedersachsischen Landesforsten, verabredet. Ich freue mich auf die Fahrt. Über eine Strecke von 2800 Metern geht es zum Wurmberghof. Der Wurmberg ist der höchste Berg in Niedersachsen. Mal sehen, was jetzt so geht. Also einchecken und los geht's. Genau, ich folge dir. Schau mal da unten. Eine echt krasse Schneise zwischen den Bäumen. Das ist im Winter bestimmt eine super Skipiste. Genau genommen sind es 15 Pisten und die längste ist 4,3 Kilometer lang. Sie führt vom 971 Meter hohen Wurmberg, 405 Höhenmeter talwärts nach Braunlage. Aber im Sommer geht hier auch richtig die Post ab. Schau mal, da brettert gerade ein Downhiller die Piste runter. Wie krass ist das denn? Tatsache. Sag ich doch. Es gibt super Pisten für Mountainbiker und wer mal einen besonderen Kick möchte, der kann sich einen Monsterroller leihen und damit ins Tal düsen. Auf dem höchsten Gipfel Niedersachsens gibt es aber auch etwas zu entdecken. Es gibt dort ein paar kleine Teiche oder ein Wasserreservoir mit Wasserspielen. Ein Spaß für die ganze Familie. Jetzt staunst du was? Tja, ich weiß manchmal auch etwas. Es ist ein Wasserspielplatz und die kleinen Teiche sind im Übrigen Speicherbecken. Mit dem Wasser sorgt man im Winter für genügend Schnee auf den Pisten, wenn es mal mit Naturschnee mau aussieht. Wer sich lieber ausruhen will, kann das Gastronomieangebot nutzen, während der Nachwuchs Ziegen und Kaninchen füttert. Auf ne Brause könnte ich auch, aber vorher muss ich unbedingt noch auf den Aussichtsturm und die Tunnelrutsche ausprobieren. Das war klar. Man hat aber vom 32 Meter hohen Turm einen wundervollen Rundumblick über den Harz. Perfekte Sicht auf den höchsten Berg Norddeutschlands mit 141,2 Metern. Den Brocken. Apropos Aussicht. Aussicht hat man auf der Seilbahngondel auch reichlich. Sag mal Henry, mir kommt es so vor, als wären hier weniger Bäume, als ich von den Fotos in Erinnerung habe. Kommt es dir nicht auch so vor? Das ist mir auch schon aufgefallen. Mal, Herr Rudolph, unseren Forstfachmann fragen. Wir kommen gleich an der Gipfelstation an. Ah, ich glaube, da vorne ist er schon. Hallo, sind Sie Herr Rudolph? Ja, hallo, ich fühle mich Herr Rudolph, richtig. Guten Tag, Herr Rudolph. Das ist Henry und mein Name ist Luke. Henry und ich hatten eine interessante und aussichtreiche Fahrt hier rauf. Ja, es scheint hier reichlich Programm zu geben. Winter wie Sommer. Henry und mir ist aber aufgefallen, dass es wenige Bäume gibt. Warum ist das so? Um die Frage mal an einen Fachmann zu richten, die brennt uns schon den halben Weg hoch auf der Zunge. Ja, das werde ich ganz oft gefragt. So Urlauber, Gäste, die hier vom Harz hier hochfahren nach Braunlage, die wundern sich, dass sich der Wald so verändert hat, dass hier kaum noch Bäume stehen. Und ganz besonders hier am Wurmberg an der Seilbahn, da hat es in den letzten zwei Jahren ganz mächtig zugeschlagen. Borkenkäferschäden haben dazu geführt, dass hier fast kaum noch alte Bäume stehen. Die sind in den letzten und vorletzten Jahren hier abgestorben. Das sieht an einigen Stellen richtig kahl aus. Und was macht man da jetzt? Wie konnten die Borkenkäfer so einen Schaden verursachen? Ja, die Borkenkäfer-Massenvermehrung hier am Rande zum Nationalpark hat massive Schäden hinterlassen. Das ist erstmal verursacht natürlich durch den Klimawandel, dass wir mehrere trockene Sommer hintereinander hatten, wo es sehr warm war, wo die Fichten und andere Baumarten zu wenig Wasser bekommen haben. Und das wiederum hat den Borkenkäfer extrem begünstigt, der dann in die geschwächten, wasserleidenden Bäume eingedrungen ist, sie abgetötet hat. Und dadurch hat sich Monat für Monat ein immer größerer Bestand an Käfern aufgebaut, sodass jetzt in der Folge im dritten, vierten Jahr die Wälder hier im großen Stil absterben. Eine Folge des Klimawandels, dieser Borkenkäfer-Massenvermehrung und lange Anhalten der Dürre. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich im Harz wieder viel mehr Regen, viel mehr Nebeltage, ein kaltes, raues Gebirgsklima, wie es für den Harz ja typisch ist. Und nicht dieses hochsommerliche, langanhaltende Trockenwetter mit kaum Niederschlag. Das ist eigentlich für den Wald Gift hier oben. Also durstige Bäume sind besonders anfällig für Borkenkäfer? Scheint so. Und die Klimaveränderungen wirken sich auch schon bei uns im Harz sichtbar aus. Was kann man denn besser machen oder dagegen tun? Ja, wir können jetzt aktuell nicht an der Klimaschraube drehen und es zu unseren Gunsten verändern. Dann würde jeder in eine andere Richtung drehen. Aber wir als Forstleute von den Landesforsten können natürlich jetzt Folgendes tun, dass wir wieder neuen Wald anpflanzen. Da, wo die alten Bäume jetzt weg sind, pflanzen wir zum Beispiel überwiegend junge Laubbäume und Nadelbäume in Mischung. Wir machen also nicht mehr den reinen Fichtenwald, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg hier angepflanzt wurde, sondern heute setzen wir auf gemischte, verschiedenartige Wälder, in denen Buchen vorkommen, Bergahorne, Fichten, Douglasien, Malerchen, sogar neuerdings auch die Weistern. Wir versuchen mit möglichst vielen verschiedenen Baumarten den Wurmberg wieder zu bepflanzen, damit einfach das Risiko dann gestreut ist, wenn es mal einer Baumart nicht gut geht oder die ausfällt durch Schädlinge, durch Sturm, dass noch genügend andere Bäume da sind. Das ist unsere Strategie dabei. Also möglichst an den abwechslungsreichen, gemischten Wald hier wieder aufforsten. Warum hat man denn damals so viele Fichten gepflanzt? Das war wohl ein Fehler. Das stellt sich aus heutiger Sicht als echter Bumerang heraus. Ja, das ist aus heutiger Sicht natürlich schwierig, weil diese reine Fichtenwirtschaft auch risikobelastet ist. Wenn so ein Ereignis wie ein Trockensommersturm oder Borkengiffermassenvermehrung zuschlägt, dann ist gleich der gesamte Wald betroffen. Aber man muss das aus der Geschichte verstehen, dass hier unsere Vorfahren vor 70, 80 Jahren auf die Fichte gesetzt hatten, weil bei den Neuanpflanzungen sie gar kein anderes Saatgut hatten. Es gab keine andere Baumarten, die sie hätten pflanzen können. Und die Fichte war die unbestrittene Holzart für den Bergbau. Denn der Harz ist eine Bergbaulandschaft. Hier wurde immer Holz benötigt. Und dann noch später, ja in den letzten Jahrzehnten oder bis 70, 80 Jahre zurück, da wurde viel Holz für den Aufbau der Städte, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, gebraucht. Für den Wiederaufbau, für Häuserbauten, Dachstühle und so weiter. Also da war die Fichte als Bauholz unbestritten der Brotbaum. Und das war er jahrhundertelang, aber eben immer wieder mit solchen Risiken warft. Und deswegen wollen wir auch seit etwa 30 Jahren, läuft hier so ein Umbauprogramm im Harz, wollen wir wegkommen von den ausgedehnten Fichtenwellern. Dann gibt es also schon seit 30 Jahren Projektflächen. Tja, jetzt bekommen diese kahlen Flächen nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, das sieht man zum Beispiel jetzt hier auf unserer Fahrt zum Wurmberg hoch von der Seilbahn aus, sehen wir auch schon die bunten angepflanzten Laubwälder. Das sind Ahorn- und Buchenpflanzungen. Die sind in den Ende der 80er, 90er Jahre hier am Fuße des Wurmbergs entstanden. Und das sind jetzt heute sozusagen unsere Vorzeigeflächen, die wir eben schon vor langer Zeit angepflanzt haben. Und die heute den neuen Wald darstellen, wo die alten Fichten über den Köpfen verschwunden sind, sind das unsere Hoffnungswälder, die auch zeigen, wie wichtig es war, vor über 30 Jahren schon den Waldumbau hier im Harz und speziell am Wurmberg einzuleuten. Dann muss ein Forstwirt viel Geduld und Weitblick haben. Wir müssen sehr weit vorausschauend planen und handeln, denn die Bäume, die wir in diesem Jahr 2022 pflanzen, die werden ja erst in 80, 100, 150 Jahren mal alt und groß oder vielleicht erntefähiges Holz hervorbringen. Und so weit voraus müssen wir Entscheidungen treffen, ob die richtig sind, ob die dem Klimawandel auch trotzen können. Das muss sich dann zeigen. Aber wir haben ja gar keine andere Möglichkeit, als jetzt etwas zu tun und auf eine möglichst viele Vielzahl verschiedener Baumarten zu setzen. Das ist die Strategie dabei. Und in der Hoffnung, dass sich dann eben bestimmte, robuste Arten behaupten, die Fichte wird zum Beispiel immer hier am Wurmberg zu Hause sein. Die wird hier immer wieder wachsen, aber nicht mehr in dieser Dominanz, in dieser Flächenausdehnung, wie man das vom Harz her jahrzehntelang kannte. Stellt denn der Harz eine besondere Herausforderung dar? Ja, der Harz ist schon herausgehoben in seiner Bedeutung. Einmal ist er das nördlichste Mittelgebirge. Er ist von seiner Geschichte her von den Menschen verändert, immer wieder abgeerntet, durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Dann kam wieder Neuanpflanzung. Also der Harz ist auch ein ganz extremes Beispiel für Veränderungen, die der Mensch in der Natur hinterlassen hat. Durch fast 2000 Jahre Bergbau ganz stark geprägt. Mensch, Natur und Forst in Einklang zu bringen, ist also die größte Herausforderung? Das ist hier wirklich ein Brennpunkt, insbesondere am Wurmberg. Hier haben wir eine extrem hohe Besucherdichte, Sommer-, Wintersport zu allen Jahreszeiten. Trotzdem, Waldschutz spielt hier eine ganz wichtige Aufgabe. Das heißt, für uns als Landesforsten hier einen neuen Wald wieder hinzubekommen, ist jetzt ganz wichtig, um Erosionsschäden zu verhindern. Damit der freigelegte Boden nicht weggespült wird. Damit hier schnellstmöglich ein Wald wieder da ist. Damit auch die Seilbahn zum Beispiel Windschutz hat. Damit die nicht immer von den starken Windböden hin und her geschaukelt wird. Damit die Spaziergänger wieder im Schatten auch mal spazieren gehen können. Aus Klimaschutzgründen ist es wichtig, dass wir hier ein Wald schnellstmöglich wieder herbekommen. Damit das Kohlendioxid aus der Luft gebunden wird, im Holz gespeichert wird. Ja, und dann natürlich auch aus Trinkwasserschutz. Die Wälder hier am Wurmberg sind ganz wichtige Wasserspeicher. Die für Braunlage, für die Stadt hier das Trinkwasser filtern, reinigen, speichern und gleichmäßig abgeben. Also aus ganz vielen Gründen ist es wichtig, dass wir als Landesforsten hier wieder schnellstmöglich einen Wald aufbauen, auf Pflanzen und diesen Wald dann auch widerstandsfähig heranfliegen, damit er alt werden kann, groß werden kann, gemischt. Und unseren Enkeln und Urenkeln mal vielleicht wertvolles Holz liefern kann. Neben dem Thema Klima und Wald spielt im Harz ja auch das Thema neue alte Waldbewohner eine immer größere Rolle. Stichworte wie Luchs, Wildkatze, Wolf. Naja, es gibt in allerhand auch seltene verborgene Arten, Pflanzen oder Tierarten, die nicht so gleich auffallen. Aber es gibt auch größere Vogelarten wie den Uren, wie den Wanderfalken, die auch im Harz schon lange Zeit vorkommen, die durch intensive Schutzmaßnahmen ihrer Brutstätten und ihrer Lebensräume auch wieder zugenommen haben. Die Wildkatze streift seit ewiger Zeit durch den Harz, ist hier eine alte Bekannte, hat auch gut zugenommen. Naja, ab und zu guckt man Wolf vorbei, daran müssen wir uns auch gewöhnen, das ist auch ein Stück Entwicklung. Aber ansonsten gibt es auch ganz kleine, unscheinbare Arten. In den Bächen leben Bachworelle, Bachmäunauge, typische Fische, die in den klaren Harzer Bächen zu Hause sind. Die Wasseramsel geht dort auf Beutezug. Und so gibt es Libellenarten, seltene Fledermäuse, die in den Stollen oder in Baumhöhlen zu Hause sind. Da könnte man noch ganz viele Arten aufführen. Aber der Harz ist eben reichhaltig in seiner Tier- und Pflanzenwelt und manche Ecken sind einfach noch nicht erforscht. Eine tolle Erfolgsgeschichte ist eben, dass die ökologischen Bedingungen in den letzten 20, 30, 40 Jahren deutlich besser geworden sind. Und das zeigt uns, wir sind auf dem richtigen Weg und den werden wir auch weitergehen. Ah, okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie kamen Sie zu Ihrem Berufswunsch? Ja, bei mir war das so, ich bin früher gerne so als Jugendlicher in den Wald gegangen. Natur war so für mich der liebste Aufenthaltsort. Dann habe ich in Fernglas geschenkt bekommen. Dann gab es in der Familie einen Förster, der hat mich sozusagen angetriggert. Der hat mir diesen Beruf nahegebracht. Und dann war die Entscheidung eigentlich relativ schnell klar. Also mit dem Schulabfluss war der Wunsch gegeben, du möchtest irgendwas mit der Natur machen, draußen im Wald. Man arbeitet nicht nach kurzfristigen Planungen, profitorientiert, sondern das ist etwas, wovon man selber ja nichts mehr hat. Sondern man arbeitet mit Themen, was wir selber geerbt haben und gibt etwas weiter und verbessert vielleicht die Bedingungen für unsere künftigen Generationen. Und das ist das, was an dem Beruf so Freude macht. Vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch und die Informationen, die Sie uns gegeben haben. Manches verstehe ich jetzt wirklich besser. Es eröffnet eine völlig neue Sicht auf einiges. Vielen Dank. Ja, dann noch viel Spaß hier oben auf dem Wohnwerk und noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Besuch hier in Brandlagen. Tschüss. Für uns wird es jetzt aber wieder Zeit für die nächste Gondel ins Tal und zurück zu Paul ins Studio. Sollen wir den Monsterroller nehmen? Äh, nein. Das ist mir heute zu viel Abenteuer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017